Schwangere Engel? Katy Perrys Rundung gibt Rätsel auf Sie war einer der Hingucker auf der diesjährigen Met Gala. Katy Perry, 33, verzögte vergangenen Montag die Fotografen allerdings nicht nur mit ihrem opulenten Outfit, sondern auch mit der einen oder anderen Rundung. Selbst die üppigen Flügel ihres Engel-Kostüms schafften es nicht, die Aufmerksamkeit vollständig von der Körpermitte der Sängerin abzulenken. Versteckte etwa einen Barbie-Bauch unter ihrem goldigen Look. Der Auftritt der On-Off-Freundin von Orlando Blom, 41, sorgte auf Twitter für wilde Spekulationen. Denn nicht nur die kleine Wölbung unter Katties Kleid lässt auf die anderen Umstände der Roa-Interpretin vermuten, sondern auch ein paar verdächtige Gästen, wartet, ist schwanger? Sie hält ihre Hände so komisch um den Bauch, seht ihr diesen Bauch? Ist schwanger oder Katte sieht ziemlich schwanger in ihrem Met-Kleid aus. Hab ich irgendwas verpasst oder wurde sie nur unvorteilhaft fotografiert? Lauteten einige Kommentare der erstaunten Community. Wie die Osweglü berichtete, sei die Sängerin vor wenigen Tagen über einen Schwangerschaftswitz vom Co-Undrö-Star und American Idol-Kollegen, 41, nicht so amüsiert gewesen. Während der Castingshow vergangenen Samstag platzte es aus nur so heraus, und sie ist schwanger. Daraufhin ruderte er aber schnell zurück und fügte an, dass er nur spaßen würde. Der 33-Jährigen war danach nicht ganz so zum Lachen zumute.